Oh Mann, jetzt habt ihr doch tatsächlich einen Fallschirmsprung ausgewählt für unseren nächsten Test zur Barrierefreiheit. Naja, wie ist der Zufall so will? Ich bin Tandemmaster im Übensport. Ja, super. Ja, aber das Urteil überlasse ich dir, wenn wir sicher gelandet sind, wenn du noch sprechen kannst. Ja, wollen wir mal schauen. Ja, ich bin gespannt. Hier ordne ich nicht. Vor allem, ich kann mich auch nicht an der Tür festhalten. Ich bin recht durch. Kurze Arme. Richtig geil. Du kannst nichts falsch machen. Ich passe auf dich auf und den aktivsten Part, den du hast, ist Augen auf, Spaß haben, atmen. Die hier setzen wir an, damit du nachher die Beine schön hochkriegst. So. Und mit dem Freifall sind die nachher so zusammen. Dann helfe ich dir dabei mit meinem Bein, fixier dich, aber so können deine Beine nicht hin und her schlagen. Oh, wir gehen bis jetzt weiter zu fliegen. Nach oben, bis zu fliegen. Miriam, ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Guten Show. Kommt alle wieder runter, ne? Ja. Ciao. 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 Du fährst da auch noch dran. Alles klar. Ah. GrandKO. Ah. Yo. We got space. Yeah. Tissi, fühlst du dich? Ich fühl mich ganz gut. Das ist schön. Wer weiß, was da oben ist. Spitzenteil. War das geil? Hammer! Fertig? Fertig, ja. Okay? Ja. Einfach nur Spaß. Okay? Geht los? Jo. Okay. Schau, schau, schau. Ja? Ich glaube, ich kann nicht. Ich brech das doch ab. Ja. Ich glaube, wir müssen da noch mal ... Nee, das ist mir doch ein bisschen zu heftig. Es tut mir echt leid, aber ich kann es nicht. Okay, gut. Das ist echt eine Überwindung zu viel für mich. Ja, Leute, das war noch ein Sprung in die Barrierefreiheit, oder? Oder nicht? Ja. Wenn man sich traut. Ja. Und wenn ihr mehr über Barrierefreiheit wissen wollt, guckt auf aktion-mensch.de. Okay. Okay. Ein bisschen ran. Soll ich da? Okay. Hattet ihr einen guten Tag heute, Leute? Ja! 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 Die엔��들이 waren gefühlt! Vielen Dank.